Ein schöner guten Tag! Jonas Flagge-Mekkel ist mein Name. Ich war gestern auf die Ost-Westfalen-Balle und dort hab ich zwei Männer getroffen, die ich gerne wiedersehen möchte. Nicht das, was Sie jetzt vielleicht denken, aber rein geschäftlich, ja? Könnten Sie vielleicht da in Ihren Datenbanken ein bisschen steuern? Nee, also ich hab jetzt hier auch echt keine Zeit. Ich arbeite. Ach, oh, wissen Sie, Ihr Stuhl sieht ziemlich unbequem aus. Vielleicht könnte ich Ihnen da unbehilflich sein. Ich spare ein Wasser. Ja, na ja, leider ein bisschen tiefer. Oh, ja. Hm, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Teardrops are falling from your very eyes. Sind das schmutterblätter? Oder sind das längst fliege? Ich meine, finde ich, dass Sie jetzt etwas von die Stuhl dämmen brechen? Naja, vielleicht, aber es muss ganz schnell gehen, ja? Naja, eh, komm, was, der? Nur die beiden Männer dort. Ach, welche Männer? Der! Der? Ja. Das, das müsste Herr Henkel sein. Und der? Ähm, das ist Herr Dolius. Dolius, ey. Interessant. Nun ja, mein Engel, wie würdest du dich hier aber zum Essen einladen? Sagen wir um acht im Lasterplatz? Gerne. Äh, Engelsche... Ich hole sie ab. Ich habe etwas ganz Wichtiges herausgefunden. Hä? Ah, Jan! Wer denn sonst? Egal, Professor, die beiden Männer hier. Hier, gucken Sie doch mal. Ich habe, Jan, ich habe sehr wenig Zeit, weil... Ja! Professor, die beiden? Dolius? Herr? Ja, ja! Aber, Jan, das sind doch in ganz Bielefeld angesehene, äh... Ja, ich habe doch gar nicht gesagt, was die angestellt haben. Großkapitalisten! Und, äh, ohne die wäre auch der Fußballverein schon längst, äh... Ja, aber die wollten gestern auf dem Ostfelsfall mit Adi Hart umbringen! Das haben Sie gesagt! Jan, aber jetzt kommt doch mal wieder runter! Und überhaupt unter uns! Also, Jan, das geht im Alkohol, das solltest du sein lassen. Was? Also, was du da neulich auf diesem Ball... Also, was da passiert ist... Also, wir haben doch jetzt auch eine Vorbildfunktion! Wir sind doch... Nach unseren Abenteuern sind wir doch in... 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 In Bielefeld! Wir können doch... Und ich... Also... Professor, das ist doch ganz egal! Ah, das ist doch ganz egal! Professor! Schmalzmann! Äh, oh, Entschuldigung! Ja, ähm... Ja... Hallo? Ah, ja... Das bespreche ich am besten mit meiner Hilfskraft! Äh, Jan, das ist für dich! Jan! Ich muss jetzt auch los! Ich hab ja einen wichtigen Termin! Und, äh... Professor! Jan! Flamingo! Ja, ich notiere das! Ja... Ja... Richtig aus! Schönen Tag! Das kann doch nicht wahr sein! Das gibt's doch nicht! Niemand hört mir zu! Da gibt's nur eins! sehr! Danke! Danke! Grazie! Danke! Das ist doch nicht! Ich mache die, die zwei freunde! Ich mache die, die drei... Das ist doch nicht! Das wird auch nicht! Die Dünge! Das ist wirklich! Untertitelung des ZDF, 2020